dann fängst du an zu verstehen dass die Kraft zur Rettung genau hierauf bezieht sich die Bibel als Christus diese Macht ist die Aktivität von Gottes Geist die wirklich zu einem Gegenstand angewandt wird ich möchte, dass genau das hier sehr praktisch ist du und ich wir haben Christus in uns die Aktivität des Geistes liegt in uns die Macht des Geistes befindet sich in uns doch diese Macht muss gerichtet oder gesteuert werden die muss angewandt werden zu einem bestimmten Gegenstand damit wir die rettende Wirkung erleben Amen you see many people don't experience salvation viele Menschen erleben die Errettung nicht sie kommen nicht raus aus ihrer Fenster weil sie nicht begreifen dass die Aktivität dessen geschieht innerhalb von ihnen wenn sie genau das begreifen sie können nur diese Kraft anwenden um aus jedem Problem raus zu kommen die in ihrem Leben also das in ihrem Leben am wirken war because we are confronted in the realm we are confronted with darkness in this realm in diesem Bereich sind wir mit finsternes mit dunkelheit konfrontiert no it's very important to categorize this darkness because generally God calls it darkness but darkness can be in terms of health in terms of finances in terms of good relationship in your in your in your marriage in terms of your relationship with your kids wherever you may find difficulties to have a harmonious relationship is what the bible refers to as darkness and Christ is the power that you need to apply in order for you to be saved from this adversity es ist wichtig zu begreifen dass Gott wirklich allgemein gesprochen finsternis zum Ausdruck bringt doch diese finsternis es ist wichtig sie zu kategorisieren es ist wichtig sie ich sag mal so auf die persönlichen Ebene zu bringen was heißt das finsternis kann zum Beispiel Herausforderungen in der Gesundheit also Erkrankung es kann auch Armut sein es kann da sein dass man in einer Ehe wirklich am Ringen und am Kämpfen ist die Einheit die Harmonie zu bewahren finsternis kann sein eine wirtschaftliche Pleite es kann auch Flaute bedeuten doch es ist wichtig zu verstehen dass in all diese Kategorien der finsternis Christus er ist die Macht Gottes er ist die Lösung Gottes zu all diesen finsternis Amen Amen Halleluja Warum hat Paulus nicht nur erwähnt dass Christus Gottes Kraft ist und er macht dann Halt Nein er hat fortgesetzt er hat gesprochen Christus ist Gottes Macht aber Christus ist auch Gottes Weisheit Warum Weisheit Warum Weisheit denn ohne Weisheit die Kraft kann keine Wirkung haben denn die Kraft an sich kann nicht nützlich sein bis Weisheit angewandt wird viele Menschen haben die Macht doch die Weisheit dazu haben sie nicht also was ist nun Weisheit ich möchte dass wir eine kitzekleine Definition der Weisheit anschauen die uns hilft diesen Zusammenhang diesen Text zu begreifen Ecclesiastik 10 der Vers Nummer 10 Prediger 10 10 I want to zero on the second part of this verse also Prediger Kapitel 10 Vers 10 ich möchte auf den letzten Teil von Vers 10 it says if the iron be blunt and he do not weed the edge then must he put to more strength wenn das Eisen stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift so muss man seine Kräfte mehr anstrengen but wisdom is profitable to direct so muss seine Kraft mehr anstrengen aber ein Vorteil ist es die Weisheit ist richtig anzuwenden wisdom is profitable to direct also die Weisheit dient oder ist vorteilhaft in der Leitung so wisdom directs what also was leitet nun oder was richtet nun Weisheit because it can only wisdom can be profitable to you because it has it gives direction to something specific that is not mentioned in Ecclesiastik Weisheit kann nur etwas bestimmtes lenken oder leiten was aber hier in Prediger nicht erwähnt wird simple und das ist ganz einfach it's the power of God Weisheit kann nur die Kraft Gottes die Macht Gottes lenken oder leiten because Christ can be in you denn Christus kann in dir sein we can see people having Christ in them wir können Menschen sehen die Christus in sich haben but Christ is not benefits he has no benefits to them aber Christus ist auf null Nutzen zu ihnen because Christ is not directed towards the object in which they want to change weil Christus nicht gelenkt wird und zwar zu dem Gegenstand zu der Sache die sie verändern möchten was möchtest du verändern was soll nun in deinem Leben anders sehen in deinem Körper in deinem Geschäft in whatever you do in all dein Unternehmer du brauchst Kraft doch wenn Kraft auf dir kommt das was stationär ist der wird nun umgeformt zu einem anderen Ort doch ohne dass diese Macht gelenkt oder gesteuert wird da kannst du die Kraft nicht effektiv einsetzen und deshalb bist du nicht weise wenn du deine Kraft auf die äußerliche materielle Sache hinlängst Amen und das ist hier wo unser Punkt hervorgehoben wird viele Menschen also die Mehrheit der Menschen sie verwenden nicht die Aktivität Gottes sprich den Geist und zwar richtig warum nicht weil sie diese Aktivität hinlenken und zwar zu dieser äußerlichen Welt hin zu den äußerlichen Realitäten wir leben in einer Generation wo wir ganz leicht abgelenkt sind wo unsere Kraft unsere Macht diese göttliche Energie in uns ist dissipiert also die wird auseinander gestreut by the activities that we find ourselves engaging in und zwar durch die verschiedenen Aktivitäten worin wir uns engagieren for example we have all these social media applications that stroll our faces every day wir haben diese sozialen Medien also die Anwendungen aus den sozialen Medien und sie beanspruchen unsere Aufmerksamkeit Tag ein Tag aus also das ist sehr wichtig und wir fokussieren diese Macht auf äußerliche Dinge was geschieht mit dieser Macht dieser Macht wird wirklich ausgestreut oder zerstreut now to us because the power it's omnipotent it's always there but the problem is that with us we don't have the power to create because Christ is the creative power of God so we don't have the power anymore to create because we've using the power which is destined to create to move an object from one place to the other we've instead used it to place that power on the attention of the things which are outside es ist wichtig eine Eigenschaft über diese Kraft oder über diese Macht zu verstehen diese Macht ist wirklich ist für immer da ist unendlich ist allmächtig das bedeutet wir können diese Macht nicht ausschöpfen wir können nicht sagen okay ich hab die Macht verwendet und dann ja gibts die wir müssen irgendwo tanken gehen nein das können wir nicht doch der Punkt bei dieser Macht ist wenn man diese Macht die tatsächlich und zwar für uns aus dem Inneren um Gegenstände oder Umstände oder Sachen zu bewegen da ist wir verwenden das für das Äußerliche was geschieht diese Macht zerstreut sich und wenn die Macht sich zerstreut ist diese Macht uns nicht zu nutzen wir sind nicht in der Lage das zu erzielen was wir möchten ich möchte dass diese Botschaft sehr praktisch damit wir verstehen wie wir Christus gebrauchen können wie wir uns zwar hervorstrahlen können denn Christus Jesus ist die Macht die in uns ist und welche Macht ist das das ist die Macht Gottes und was ist Gott und was ist Gott Gott ist Spirit Gott ist Geist und so Spirit Geist also ist Gott in action ist Gott in Handlung ist Gott in Aktivität und so Gott in uns also Gott in uns which is Christ der auch Christus ist ist Gott Spirit in action das ist Gottes Geist in Bewegung und diese action ist inside of us findet in und statt also wir können diese action hinsteuern oder hinlenken wir können diese action anwenden und zwar auf ein Gegenstand hin um diesen Gegenstand zu bewegen um diese Gegenstand zu verändern und zwar zu dem wonach wir uns verlangen und darum geht es bei der Kraft also die Leitung damit die Kraft eine gute Wirkung in unserem Leben hat das wird und zwar durch Weisheit vollzogen und so wenn wir die Kraft anwenden schaut euch mal bitte an was Paulus uns berichtet in Ephesians Ephesians 3 Vers 20 Ephesians 3 wir lesen Vers 20 Paulus spricht hier dem aber der über alles hinaus zu tun vermag über die Maßen mehr als wir erbitten oder erdenken gemäß der Kraft die in uns wirkt Gott kann alles zu bewirken und zwar weit über mehr und zwar alle Maßen hinaus und zwar er ist in der Lage und zwar mehr als das was wir erdenken oder erbitten zu tun doch es ist gemäß der Kraft dass unsere Bitten und unser Denken geschieht gemäß der Kraft gemäß dem Christus in uns denn die Kraft die Macht die wirkt ist der Geist Gottes in Aktion denn wenn wir von Gott sprechen wir reden davon dass Gott Geist ist und wenn Gott Geist ist Gott ist am und dieser Gott der aufwirkt ist in dir ist in mir das ist der Gott in uns das ist was Paul nennt Christ Reis und hierauf nannte das Paulus Christus aber genau diese muss gelenkt werden zu unserem Bitten oder unserem Denken hin und nicht zu den äußerlichen Dingen denn die äußerlichen Dinge die äußerlichen Dinge die wir betrachten also genau das nennen wir Sachen das bedeutet sie sind Geist die einen bestimmten Zustand erlangt haben sie haben eine bestimmte Gestalt angenommen und für uns wenn wir hierauf fokussieren dann können wir uns nicht verändern dann können wir auch keine Veränderung bewirken und deshalb sprach Jesus als er in der Wüste also als er versucht wurde der Teufel brach dem Stein also Stein ist Materie etwas was du anfassen etwas was gestalt hat und da sprach er zu Jesus du bist doch hungrig verwendet doch diesen Stein zum Brot das war die Versuchung nämlich er soll die Kraft anwenden die Aktivität des Geistes zu fokussieren auf das was hat was fasziniert oder das was ist Mater nämlich das hinzulenken auf Materie was gewisse Gestalt schon hat anders gesagt du sollst die Materie verändern denn die Kraft wird angewandt so apply dann your power that you have also wende diese Macht an die du hast denn warum du bist sohn Gottes wenn du sohn Gottes bist dann bist du sohn des geistes das heißt du stammst du hast deinen Ursprung im Geist obwohl Jesus körperlich anwesend war Jesus war Geist auch wenn du gerade jetzt körperlich da bist du bist Geist du bist Geist du bist Geist und because you are son of God und Gott ist Spirit und Gott Geist bist du Sohn des Geistes also du kannst nicht dein Körper sein also wenn du deine Aufmerksamkeit hinlängst zu äußerlichen Dingen zu diesen Dingen dieser Welt dann verlierst du deine Kraft und genau das war die Versuchung was Christus erlebt hat aber das was wir tagtäglich erleben wenn die Probleme auftauchen also die Probleme haben eine bestimmte Gestalt sie haben eine bestimmte Gestalt genommen also dieses Problem mit der Versuch die Versuch also weist uns darauf hin auf dieses Problem sprich auf diese Gestalt zu schauen dass wir uns auf die Gestalt des Problems fokussieren damit wir das Problem ändern können aber das ist nicht möglich das ist nicht die Art und Weise wie die Kraft Gottes wie die Kraft Gottes funktioniert bitte denken die Kraft Gottes dient der Errettung ist zu verändern doch Jesus der Weise sagt nein man shall not live by bread sondern aus jedem Wort was aus dem Munde Gottes hervorkommt Gott ist Geist also welches Wort kommt nun aus dem Munde des Geistes Amen Jesus sprach in Johannes 6 Vers 63 die Worte die ich euch sage sie sind Leben und Geist Amen so es ist der Geist worauf wir fokussieren und wie wir fokussieren wollen wie machen wir das denn wir haben versucht zu begreifen dass die Kraft die in uns ist nicht zu attend to the things of the outside ist nicht dafür da die also auf die äußerlichen Dinge gerichtet zu werden sondern diese Kraft soll auf die innerlichen Dinge gerichtet werden welche Dinge sind nun aus dem Inneren wenn wir von Dingen sprechen es sind nicht nur Dinge die wir körperlich anfassen können oder körperlich fühlen können Dinge sind Vorstellungen Dinge sind Träume Dinge sind Visionen Dinge sind Ideen einfach nur zur Hilfe und nicht zu kritisieren die Gemeinde mangelt es an Kraft heute weil wir nicht zu dem Verständnis gekommen sind dass Kraft wurde gegeben damit Umwandlung oder Veränderung stattfindet und diese Kraft soll angewandt werden und zwar auf den Gegenstand und diese Gegenstand gibt es in dem Menschen drin das sind unsere Vorstellungen das sind unsere Visionen das sind unsere Träume Amen und hierauf soll sich die Kraft oder die Macht gerichtet sein wenn du heute einen Glaubenden rufst und sag nun richte deine Kraft an diesem richtigen Ort oder zu diesen richtigen Gegenstand sie können das es ist ihnen so schwer denn warum man hat sich daran gewöhnt dass das Leben da draußen stattfindet man versucht alles zu tun um äußerlich Dinge zu ändern nein das äußerliche kann nur verändert werden wenn man die Kraft anwendet und zwar zu den Gegenständen innerhalb des Menschen und wenn du das aus dem Inneren verändern kannst dann erlebst du die Manifestation da draußen also die törichte Person ist die Person die diese Kraft anwendet nämlich zu dem äußerlichen Dingen doch die weise Person ist die Person die nach innen schaut also schaut in sich hinein und fokussiert die Kraft und zwar auf die Vision und zwar auf die Träume hin auf die Ideen und zwar auf die Verheißungen damit diese Dinge die innen sind die noch nicht greifbar sind verwandelt werden umgewandelt werden zu greifbaren äußerlichen Dingen Amen und deshalb hat der Prediger uns berichtet also in Sprüche 29 18 sprach Konig Salomo zu uns nämlich dort wo es kein Gesicht keine Vision gibt gehen die Menschen zugrunde also was gibt es in dir drin welche Vision trägst du in dir welchen Traum trägst du welche Welt möchtest du genießen wie betrachtest du dich selbst wie betrachtest du deine Welt und genau auf diesen Gegenstand soll deine Kraft gerichtet werden jeder von uns bitte hört ich etwas sagen jeder von uns wir sind Geist in Aktion doch da stellt sich die Frage welche Aktion das ist die Frage manche bewirken Aktionen zur Zerstörung also wenn du die Sonne anschaust die Sonne ist so kraftvoll die Sonne kann nützlich sein also konstruktiv sein die Sonne kann genauso zerstörerlich sein Jesus sagt die Son schines zu den just und unjust und deswegen hat Jesus auch zum Ausdruck gebracht dass die Sonne zu dem gerechten und zu dem ungerechten gleichermaßen scheint also Gott steht jedem zur Verfügung doch wie du Gottes Macht lenkst genau das macht den Unterschied also Jesus Christ ist die Kraft Gottes Christ Jesus Christ ist Christ 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 ist derjenige der Gottes Kraft und Gottes Macht konstruktiv zusammenhält und konstruktiv anwendet ein